Hallo, das Land der Hildegard. Wir sind hier auf dem ehemaligen Klostergelände, die Sie Bodenberg haben. Wir sind hier im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Wir produzieren wieder einen Film zur medizinischen Chemie, Drug Chemistry, molekularen Mechanismen von Suchtdrogen im menschlichen Kampf. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befinden uns hier im oberen Mittelrheintal UNESCO-Weltkulturerbe in Europa. Wir produzieren wieder einen Film zur medizinischen Chemie, Drug Chemistry, speziell über Suchtdrogen, molekularen Werkmechanismen im menschlichen Körper. Wir befinden uns hier im Internet. Wir neurokulieren über einen Erwerbgruppenos für An Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020